Hallo Freunde, Freeclay von Magicbox.de. Wir sind im Pre-Release und zwar bei Bloomborough. Hashtag Werbung. Wir haben den Account hier zur Verfügung gestellt bekommen von Wizards of the Coast. Ihr kennt es ja. Und wir spielen das neue Set. Es sieht wirklich, wirklich niedlich aus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es... Oh, Rottenmouth Viper. Hm. Das ist doch genau meine Karte. Okay, die ist ein bisschen arg blau. Okay, Viper hört sich gut an. Viper hört sich gut an. Verstehe. Wir haben... Eigentlich muss man Sultai spielen. Eigentlich muss man Sultai spielen. Es hilft ja nichts. Ein Changeling, der Mana fixt. Also eigentlich muss man Sultai... Schauen wir mal. Oh, eigentlich muss man Sultai spielen. Okay, you may forage. Whenever you forage, put a plus one plus one counter on this thingy. Kann man machen. Das macht Food. Der ist auch cool. Auch coole Karte. Doppelgrün quasi. Okay, create X-Token instead of copies of Target-Token you control. Until your next turn you gain one life. Hm. Hm. Das ist halt cool, wenn ich schon Tokens habe. Das ist halt der Ultra-Build-Around. Aber ich glaube nicht mal so richtig gut. Das ist ein Fight. Den kennen wir. Was war das eigentlich? Warte, warte, warte. Da war nochmal was Doppelgrünes. Achso, das sind meine... Simic. Schauen wir mal mit Simic. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Das halt... Das ist halt auch die... Also Simic haben wir die Ultra-Synergie am Start. Schaut euch das mal an. Das ist ja insane. Den zweimal. Den kann man dann auch in Simic spielen. For each other squirrel and of food you control. Okay. Auch so ein Ultra-Build-Around. Aber halt auch... Also der kann richtig gut sein. Hier haben wir noch Fixing. Okay. Da haben wir nochmal Mana-Fixing. Da haben wir nochmal Mana-Fixing. Der ist ja richtig gut. Haben wir zweimal den Flyer. Mhm. Draw a card. Create a food. Das ist ja auch eine coole Karte. Die cycle zur Not. Okay. Also den finde ich auch ganz geil noch. Schauen wir mal. Viper. Brauchen wir gar nicht nach. Ich zeige mal noch, was sie macht, gell. Any number of non-land permanents. Unsere Tokens. Unsere Foods. Und kostet weniger für alles. Selbst wenn nicht. Das ist 6-6-4-6. Und dann immer... Sorry. Immer wenn sie angreift, kriegen ein Blood-Counter drauf. Gutes Removal. Der ist okay-isch, glaube ich. Ich glaube, der ist von der Raid her. Gibt es besseres. Aber wir haben ziemlich viel Bounce. Hm. Hm. Muss ich mir noch überlegen. Das ist auch cool. Das kann man auf jeden Fall spielen. Das ist für das Life-Loss-Deck. Für das Orsoff-Deck. Okay. This creature can't block. Whenever you gain life, each opponent loses one life. Ich glaube, das ist für uns nicht so cool. Was sind wir denn am Anfang? Wahrscheinlich grün-schwarz. Dann ist der schon auch cool. Das ist auch ein cooles Land. Ich meine, das ist für das Lizard-Deck ganz cool. Was haben wir denn hier noch? Flicker. Frog. Wir machen halt alles auf einmal. Vielleicht müssen wir an dem Schwarzen ein bisschen weniger machen. Vielleicht sind wir doch mehr... Vielleicht sind wir nicht so das Forage-Deck, sondern eher so das Flicker-Deck. Ich glaube, den können wir leider nicht spielen. Das ist ein guter Bounce. Und wir haben hier noch ein Land. Okay. Das macht auch Dinge. Oh, und wir haben einen Board-Vibe. Oh, Mann! Ist egal. Ich ignoriere das. Das weiß ich. Es hat nichts außer die zwei insaneen Karten. Aber die kann ich nicht auch noch splashen. Nein. Nein, die splashen wir nicht. Ich glaube, das Village wollen wir auch nicht spielen. Okay. Jetzt schauen wir mal, wie viel... Wie das Deck aussieht. Wir haben 16 Kreaturen. Vielleicht kann man den Combat-Trick cutten. Ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Das ist unsere schlechteste Kreatur, die wir vielleicht cutten könnten. Richtig schlecht ist hier nichts, gell? Vielleicht brauchen wir den 4-Mana-Accounter nicht. Weil wir anders Value holen. Und der kostet doppelt blau. Okay. Versuchen wir es. Sieht doch ganz cool aus. Das könnte was werden, Freunde. Das könnte was werden. Okay. Eine ganz gute Hand. Die kann man keepen. Wir haben den Schwarz-Return noch nicht, aber... Ich glaube, ich spiele erst ihn hier. Oha. Und natürlich den Looter. Den völlig übertriebenen, der alles macht, Looter. Den braucht es in dem Set. Einfach alles auf die Karte. Draw Card, Discard, Copy, Vigilance noch dabei. Brau ist klar. Nee, komm. Mythic into Rare. Die Karte macht das schon ganz gut. You may reveal a non-creature, non-land-card from a Mon and put it into your hand. Was ist das? Graveyard. Okay. Okay. Fair. Dann machen wir das eben nochmal. Der wäre aber eher ganz cool. Dann könnte ich immer mal wieder bouncen. Ja, Block. Block. Okay, auch coole Combo. Quack. Hm. Mein schwarzes Mana. Sehr schön. Nächste Runde kann ich Mentor spielen. Und nochmal so einen. Ja, komm. Ich habe ja jetzt Return Creatures. Okay. Guter Combat Trick. Ob das jetzt das wert war, ist die Frage. Also eigentlich macht der alles, sonst passiert hier gar nichts. Hier funktioniert auch das Deck überhaupt nicht ohne den. Hahaha. Wie geil. Okay. Naja. Kann man machen. Wenn wir noch ein Land ziehen. Können wir hier offspringen, was ja nicht ganz cool wäre. Okay. Copy. Mhm. Da wird auf jeden Fall Value rausgeholt. Das kann man sehen. Okay. 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 Equal to its power to target creature you don't control. Nichts gibt's. Hahaha. Jetzt reicht's. Es ist genug Value mit dem dummen Otter. Hahaha. Okay. Auch eine gute Karte. Ja, ich habe Exile. Da ist nichts zum Wiederholen. Da ist nichts zum Wiederholen gerade. Okay. Okay. Wenn ein Opponent sich austoppt, können wir ihn hier flickern. Was ganz cool ist. Instant and Sorcery Speed without Pang. Okay. Schauen wir mal. Okay. Machen wir. Ich glaube, ich mache das hier. Wobei, es ist eigentlich verschwendet. Ich spiele nochmal meinen Mentor. Sacko. Okay. 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 Das ist einebase. Ja, da war ja was. Und das habe ich vorhin noch rumgespielt. Jetzt nicht mehr. Egal. Dann muss ich halt meine zwei Kreaturen wiederholen. Mhm. No Blocks. Okay. Hmm. Das ist auch ein Problem, diese Sanders-Talent. Kann halt jetzt wieder was casten, was echt ein Problem sein könnte, aber naja, irgendwas ist ja immer und irgendwie muss es ja los werden. Okay, Forage. Kann Kreaturen nachher bouncen von mir. Ich glaube, ich mach das, weil es ein ganz guter Blocker ist und mir noch mal eine Karte zieht. Okay. Können wir nachher auch machen. Hört sich gut an, das hört sich gut an. Ja. Jo. Hat das Gift auch noch auf der Hand. Okay, jetzt pass auf. Also, Opponent kann da was wiederholen, auch wenn wir es gerade nicht sehen. Das heißt, das ist nicht optimal. Wie wäre es, wenn wir mit einem Offspring-Gerät starten und die zwei großen Sachen tappen. Und dann vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Mana spielen und mal Zug abgeben. Level 2, ja, das ist blöd. Ich glaube, ich block mit allem. Ich glaube, ich block mit allem. Leider buggt der Client noch ein bisschen rum im Pre-Release. Müsst du entschuldigen, wenn es immer mal wieder aussetzt hier. Okay. Sugarcoated. Mhm. 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 Ich meine, das wäre noch mein Frosch. Dann sollte das wieder eins kosten, wenn der andere Frosch zurückkommt. Das ist doch ganz gut, das offen zu haben, weil wir haben hier noch ein Mana offen. Kommt zwar hier wieder zurück mit diesem Recycling, aber naja. Wir finden mal eine Response. Das ist schon auch ganz gut. Das ist echt ganz gut. Uh. Okay. Das ist auch ganz gut. Eindeutig. Da ist unsere Viper. Und ich würde sogar angreifen dann. Ponent hat echt viele Karten zogen mit dem hier. Der ist echt. Und den zu oft blinken kann. Okay. Wir haben ein Gift bekommen. Ah. Nochmal ein Removal. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Ich meine, der kann jetzt plus eins, plus eins kriegen. Okay. Das nehme ich an, theoretisch. Fair. Ich weiß nicht mehr. So, dann kriegt er eben 1-1. Ich glaube, ich mache das hier, falls ich ein Removal ziehe und das hier discounten muss. Okay. Dann machen wir da einen Offspring. Der wächst zumindest. Dann schauen wir mal. Der ist ein Problem, aber ich habe jetzt relativ, das Board relativ voll. Ich kann nächste Runde angreifen. Was machst du? Land. Oh, der macht halt das Board voll. Das ist ein Problem. Oh, nochmal eine Rare. Okay. Toys owner's hand. If you do. Okay. Okay. One Target Permit for an Eye Control. Haben wir irgendwas Cooles? Haben wir ihn hier? Ja. Oh. Okay. Okay. Wir können einfach zahlen. Pony muss jetzt was sacken, wahrscheinlich einfach so ein Token. Ich habe nochmal einen ziemlich großen Blocker. So eine enge Kiste, Freunde, so eine enge Kiste. Okay. Macht halt jetzt immer mehr so Tokens, das ist ein Problem. Aber ich habe zwei Flyer, die ließel sind, zusammen, wenn sie beide durchkommen. Weil er hat Reach. Okay. Der ist ein Problem. Wir lassen unsere Kreaturen wachsen. Wenn ich mit ihm angreife, kann er plus 1 plus 1 geben. Wenn ich mit allem angreife, also pass auf. Pony muss opfern, das heißt, der wird geblockt, der wird geblockt. Dann, wenn der angreift, kriegt es einen zweiten Blight. Das heißt, zwei Sachen werden geopfert. Nonland permanent. Das heißt, 1, 2 werden geopfert. 1 gejumpt, der gejumpt. Was soll's. Wir testen das. Wir testen das. Wird schon passen. Ja. Muss nur den Backswing irgendwie überleben. Wenn der Opponent hier runtertradet, soll's mir auch recht sein. Okay. Jo. Okay. Go. Hätte wahrscheinlich nicht gereicht, gell? Weil der keine Power hat. Okay. GG. Enge Kiste, hey. Uh. Gleich gegen so ein Deck, das genauso rumvaluet wie wir. Aber cool. Ewig langes Spiel. Cool. Eins machen wir auf jeden Fall noch. Das war mal ein Boardstall. Ja, die Flieger sind ganz cool. Also, da steht auf diesen Karten, auch wenn die niedlich aussehen, da steht so viel Text. Unglaublich. Okay, Alias V. Schauen wir mal. Ich mein, das ist okayisch. Das zieht noch eine Karte und vielleicht ein Land. Das könnte filtern. Gibt Schlimmeres. Schlimmere Draws. Direkt wieder eine Rare Turn 1 hingelegt. Put a plus one plus one plus one counter. Geht's noch? With Office Battle in Opponent put a plus one plus one. Okay, verrückt. Okay. Da ist ja schon mal ein Land. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Okay, whenever you give the gift, draw a card. Okay, mach' mal. So treffen wir hoffentlich Länder. No Blocks. Es wird zu heikel. Okay. Okay, krasse Karte. Rare, Rare, Uncommon. Hm. Was machen wir jetzt? Ich glaube, ich spiele den Prophet und halte den Counterspell offen. Dann kann ich nämlich halbwegs vernünftig, halbwegs vernünftig, äh, blocken. Und hoffentlich, und hoffentlich, äh, kann das, also nicht in den Rim Combat Trick reinrennen. Das wird ja wahrscheinlich klein gemacht. Aber dann block' ich so und so. Oder auch nicht. Ich glaube, ich nehme einfach nochmal drei. Wie wär's denn damit? Okay. Ich hab' kein Bird, gell? Ja. Ja, okay. Fair. Ich glaube, ich spiele einfach ein 2-1er als Blocker. Und zack, go. Und mach' das nochmal so. Der wird halt ein Problem. Ich muss den irgendwie abstellen. Ich so block, wenn ich irgendwie ein bisschen Attacks verhindere. Vor allem auch in drei Farben die Lowdrops. Äh. Manchmal ist es halt schon schwierig. Okay. Nope. Mhm Whenever a creature you control becomes the target of a spell or ability in opponent controls put a plus one plus one counter on Target creature you've other than this creature Ist natürlich ein problem Ha ist alles schwierig Ich lege einfach mein fatty Versuch nächste runde Ich habe halt wenn ich was tage der keine gescheiten blocks mehr und der muss hier weg da sind wir uns einig Schauen wir mal Okay Okay Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Okay. Ja, gut. Gute Draws. Äh, da machen wir wenig. Gute Game. Ja, das war easy nachzogen. Okay, schade. Übler Haufen. Übler Haufen. Nochmal, nochmal. Ich habe nie, die Lowdrops sind halt, also vor allem die Lowdrops, die Rare ist schon ganz schön gestört, weil die lässt halt mich nie blocken mit irgendwelchen Fettys. Die Hand ist auch eher mittelmäßig, aber schauen wir mal. Turnode müssen wir den hier offen lassen, Turn 3, Turn 4 das spielen. Aber vielleicht sehen wir irgendwas von uns in Lowdrops nach. Nochmal so einen zum Beispiel. Nein Deck, ich brauche was anderes, das gebounced werden kann von dem. Ah, das ist Up to One Target. Ah ja, okay, dann können wir einfach einlegen. Das ist ja 2024 Magic Design. Das habe ich ganz vergessen. Okay, Carrot Cake. White Rabbit Token, Scry One. Macht auch unglaublich viel von Random 2 Drop. Okay, Gürchen. Okay, Gürchen. Gürchen. Mhm. Ich denke, wir grüchen einfach. Wenn wir schon die dicken Frösche haben, dann geht's los. Okay. You may forage if you do draw a card. Das ist natürlich cool, wenn man den hier sacken kann. Ja, das geht, Opponent. Jederzeit. Jo. Okay. Spannend. Ich griff mal mit Beinern. Ihn kann ich retten. Okay. Fair. So. So. faire block weiß hat einen board vibe nebenbei da müssen wir vielleicht hätten wir vielleicht ein bisschen besser drum rum spielen können ich kann jetzt alle pumpen wenn mana offen gelassen wird bei ich okay so nicht plus one plus one count on target creature without flying mhm 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 jo dann machen wir das halt okay gürchen ja gute karte gute karte der kommt jetzt leider nicht so easy vorbei ja oder doch ne fair fair da kann ich nur mit meinem flyer angreifen weil der gepumpt werden kann zu spät gespielt krasses gerät ah ich hätte ihn noch flickern sollen um counter zu geben und ihn auch das war scheiße schlecht von mir das geht nämlich nur sorcery speed das habe ich verzockt ja jetzt steht da ganz schön viel power im weg rum gell mhm destroy target non land permanent ist auch so ne sache okay nur blocks nur blocks ich glaube ich so weh lieber ich glaube ich so weh lieber ich glaube ich so weh lieber geht das auch noch aus aus wie speed ja es geht auch noch aus aus wie speed ich kann jetzt den hier abrüsten hier ein hat aber auch mana um das zweimal zu aktivieren ist auch ein problem mit dem jo mhm ja 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 Tja, das haben wir, glaube ich, verloren, weil wenn der hier angreift, muss ich doppelt blocken. Die hier können auch alle angreifen. Ah, ist schwierig, ist wirklich schwierig. Gut stabilisiert vom Opponent. Ich glaube, so richtig bringt uns da nichts mehr raus. Die sind jetzt auch echt gut. Noch ein Spell draufkommt. Sonsten sind es einfach Tokens. Okay, das macht jetzt nichts. Ich hätte einfach den hier zweimal aktiviert und hätte ins Gesicht getreten, ganz ehrlich. Ja, warum nicht gleich so? Warum nicht zweimal? Good Game. Okay, das war's von unserem Blink-Shananigan-Stack. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ihr habt es im ersten Spiel gesehen. Schreibt mal gar nicht drunter, was ihr denkt von diesem Archetypen, ob ihr schon ein bisschen gespielt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.